Ja, liebe Utofreunde, der Wart läuft da weiter beim Bauerhause. Ich muss da bei dieser Pappel die Stockhausschläge wegschneiden. Die kommen da auf die Strasse raus und versperren uns die Sicht. Ich habe mich ausgerüstet mit meiner Forstausrüstung, dem Helm. Dann die spezielle Schnittschutzhosen. Hier, die sind extra kurz und unten habe ich noch die speziellen Stiefel zum Holzschneiden. Alles ist da geprüft. Ich schneide da einen Stiel, 44 oder so was. 44, habe ich es vergessen. Ja, 441. So weit rauf wie möglich, habe ich da die Äste geschnitten. Jetzt ist da die Sicht wieder besser. Morgen haben wir, oder am Samstag, haben wir ein Hochzeitsapero. Und dann kommt ein Reisecar, der hier parken will. Und darum habe ich für den die Äste weggeschnitten. Jawohl, Brüge.